weiter geht's um geschehen wo waren wir denn jetzt wir haben ein elefantenhammer baby elefant make elefant ride to konf stingsbums ich brauche noch mehr von den pflanzen baby elefant fünfer haben wir noch wir haben noch einen sattel ich hoffe den kann ich da anbringen erst einmal geld geld ist wichtig ich mit es fertig so meine fleißigen bienchen ihr macht und ich gehen baby elefanten themen wenn ich noch einen finde das ist nicht schön ist das ein baby elefant beim daco sagt der auf den baum gehört ihm ich glaube der ist schon wieder despawns ich hätte auch die ziegen mitnehmen können leu oh gott hätte hätte fahrrad kette macht man baby elefanten genau die haben nichts gemacht stopp lasst mich raten ich habe weiber wenn ich schon mal dabei bin das ok damit was habe ich hier für ihn mit oder ohne zähne ohne ich habe ohne weibchen schitterino ach ne da oben steht er noch auf dem bogen wie ist denn der da hoch gekommen wer weiß wie kinder fragt einfach mal net weiße blümchen 123 weiße blümchen auch nicht beschiss ey das ist beschiss dass jetzt keine mehr rauskommen ach man 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 dann kurz was snacken hier ziegen gönnen wir uns auch gleich okay gibt es überhaupt elefanten mit stoßzähnen mal so ganz doof gefragt ja da ist einer hörst du jetzt hier nö scheiße ich krieg einfach keine weiße blume mehr da da gehört mir immer noch nicht sag mal boah der hat eins gefunden war mir eiskalt weggeklaut der hund wieder keine blaue blume da einer nice wieder keiner oh da ist wieder einer hier kam keiner ich brauche ein Bett bei mir ich brauche eindeutig ein Bett bei mir so ganz kurz hier da so 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 äh ne das nicht einmal fish snacken so 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 Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Holy Shit, ey. Da hast du noch ne Weiße. Noch mal 3. Da kam wieder keine raus. Wieder keine. Alter, was ist... Oh, hier gleich 2. Ja, klar, danke. Oh, wieder 2. Nice. Wieder 2. So muss es sein. Einer. Nice, nice, nice. Keiner. Keiner. Einer. Keiner. Keiner. Wow. Wie viel haben wir? 11 Stück. So, dann haben wir Fanti und Tröti. Hallo, gehörst du bald mal mir? Alter. Alter, wie viel frisst du denn? Machen wir es ganz anders. Da locken wir den jetzt einfach mit der Pflanze in die Base. Dann haben wir zwei Stück. Dann können wir sie pimpern lassen. Ja. Da ist noch eine. Schön. So, wo ist denn der jetzt hin wieder? Da hinten. Na. Na. Immer schön, komm. Immer schön, komm. Wut, 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 wut. Na. Komm, ich habe eine Frau für dich. Komm, ich habe eine Frau für dich. Komm. 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 Ich war schneller jetzt, du! Komm mit, das muss so dämlich aussehen gerade, ja, hier, ich hab... Komm! 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 Komm, komm, komm! Komm mein braves Fanti! Oh, hier muss ich doch zu Ende bauen sehe ich gerade. Komm! Nein! nein da bist du drei breit du sollst hier essen und nix anderes ach die wollen nicht auch das ist ja doof das ist ja jetzt doof ziegen wollte ich mir auch noch holen aber die sind auch wieder so weit weg oh man und das sieht mir richtig hässlich aus so wo hat man denn die zicklein habe ich gerade ein schwein gehört wo haben wir sie denn wo haben wir sie denn wo haben wir sie denn da hinten haben wir sie 12 du willst nicht doch ich hätte mir die leiden mitnehmen sollen ganz ehrlich schule mir die leine alter das ist ja creepy mit den dingern so geld herz holz 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 so pflanzen zeug bullet wie sieht es denn aus es müsste eigentlich nacht werden yo äh was verstand da difficulty with the time ah ok durch schlafen geht das auch runter nice leinen wo habe ich meine leinen sechs stück haben wir in der zahl nice haben wir noch was zu essen was ich noch nicht gegessen habe karotten weiß ich tatsächlich nicht apfel müsste ich das habe ich neulich habe ich die ersten zwei extra herzen bekommen ähhhhh pork shop kommt auch nochmal mit alles andere lassen wir dann erstmal Alter wenn das so weiter geht muss die base immens groß sein bei den ganzen tieren aber ich werde nicht alle behalten elefant einfach nur aus funfacts aber ich brauche noch weiße blümchen tatsächlich ey die essen alles ans zeppling cool so wie ich schon meine zepplinge los werde da weiß ich doch wo ich meine zepplinge los werde da weiß ich doch wo ich meine zepplinge los werde vielleicht kann man die auch damit pimpern lassen Firmen Hoooo Democratic Diffical TriIZE Verlust Aktuell Ok Höぁ Hörser Ja, jetzt regnet das weiße Blumen auf einmal, wortwörtlich. Jetzt regnet es auf einmal, der weißen Blümchen. 1, 2, 3. 3, 4. Mitkommt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh Gott. Aber gut, ich brauche die Hasen nicht mehr. Nein! Wegen dem Scheißhasen! Was ist denn jetzt? Ich habe alles abgebaut gerade aus. Von jetzt kann ich ja alles abbauen hier, ey. Scheiße. Fuck. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scheiß, Alter. 1, 2, 3. 1, 2. Wo ist Hütchen 3? Da ist Hütchen 3. Mitkommen. Rein hier mit euch. Rein hier mit euch. Oma Dalli! So. Jetzt schlafen sie zum Glück alle. Ähm. Ähm. Die Zicken. Die kriegen auch bloß einen Dreier. Fand ihr? Nein! Aus! Das ist alles. So. Das. Das. 1, 2, 3. 1. Oh, wow. Du brauchst nicht mal eine Schere um die zu, äh, leer zu machen. Soll ich einfach nur wegziehen. Ja. Warum hat der Elefant jetzt so scharf geklatscht? Blöder. Hallo. Warum machst du nichts? Komisches Dingskirch. Hier fehlt ein Elefant. Was? Da hinten ist er. Hast du einen Ehren getamed? Einen Männen und einen Weibel, ne? Sollst du auch noch ein Baby tame und reiten. Jetzt stirbt erstmal das Kanickel hier. Alter, das hat sie mitgekriegt, dass ich ankomme. So, tot. Äh. Äh. Du, ist der Männliche? Der lässt sich irgendwie nie tame. Ich hab schon gut 30 Pflanzen an denen verfüttert. Äh. 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 Und pimpern will er auch nicht mit meiner Elefantenkuh. Äh. 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 So und so, da müssen 3 frei sein, damit die da reinkommen So Nein, ach Dann machen wir es halt so Au Tut mir leid, Fanti Oder auch nicht Nein, du bleibst drin So Hier kannst du echt einen Zoo aufmachen So Das ist das Hammer Ach und die Difficulty geht auch runter Ja, genau Das da rein, das da rein, das da rein, Leder da rein, Pflanzenzeug da rein Mobloot da rein, rohes Essen da rein, das bleibt, das bleibt, Hasenfote kommt zu Mobloot. Das kommt zu Holz, da ist noch mehr Pflanzenzeug, das Bett bleibt tatsächlich. Die Sticks können da rein, die Line kommt da rein, der Sattel bleibt, passt. So, so, und jetzt das Ende bauen. Och, lass mich doch in Ruhe. Ich baue mir hier bald noch ein Grab, wo meine Base so weiter geht. Ähm, da kommt das nächste Viech an. Hast du das aus dem Kopf noch, war das groß, klein, groß, um dieses Highspeed-Teil zu kriegen? Warte, ich bin eh grad in der Base, Moment, 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 ähm... Groß, klein, groß. Groß, klein, groß... Und dann wieder klein, weil ich das ja auch noch verbinden muss mit der Maschine. Äh, jo. Dies, 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 genau, ich wollte eigentlich die ganze Zeit was anderes machen. Nö. Nö. Irgendwas mache ich falsch. Warte. Doch, groß, klein, groß. Ich hab an das, äh, ähm, an das Wasserrad ein Schäft und dann eine Gearbox angeschlossen. Da hab ich dann ein Großes dran gemacht. Und das Großes ein Kleines und das Kleine ein Großes. Ja, dann noch mal ein Kleines dran, weil, damit ich halt, äh, an die Maschinen komme. Also, bei mir läuft's. Das ist ein Großes und... Es ist alles schnell genug. Ich hab' da hinten auch gleich noch was dran, damit ich ungefähr weiß, wo das hinkommt. Ach, lass mich doch wohl, hier sind noch mehr draußen, ey. Au. Nein. Au. 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 Ausgetrickst. Ich will doch snacken hier. Ja. Du, 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 du... ÄHm, mh, 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 mh. Ich wollte gucken, ob ich das ausrüsten kann mit einem Sattel, den Elefanten tatsächlich. hast du ja eigentlich nicht du kannst ja schon auf dem reiten ja ich wollte noch gucken ob das geht und geht nicht so ein bett habe ich da ein bisschen holzfarmig unterwegs dann gut hab ich noch ich hab noch türen brauche ich nicht mehr gut ich wollte mit einem orca schwimmen wie hast du das gekriegt dass der elefant nicht auf dem baum ist er war davon anfang an die wir hier angefangen haben war ich blind ich bin so oft hier lang gerannt ich hab die nie gesehen wir planen schon mal vor und holen uns so ein bisschen seetan und mir kommt heute hummer auf den tisch ey der ist blau rot der sieht ja cool aus tot wenn es leckt ich bin ich such gerade einen riesen fisch und das würde ich nicht nur im schnee bürger doch überall kostet also im echten auf jeden fall nur in keinen gebiet ich war auch der meine dass das hier über umgesetzt wurde ich sehe hier in der roten wüste gerade bien dürfte ja auch nicht sein hier ist ein kleibium da sind so eine hässlichen viecher nein bleibt steht genau so was haben die ihn gedroppt roadrunner feather ok ich hab einen roadrunner die muss ich unoptämen irgendwann hier ist aber so ein wunderschönes haus da könnte ein verborgener schatz drin sein neben zombies ihr dürft mich ruhig hitten dann kann ich wieder was essen das ist mir ne lade was machen die für ein radau neben mir oder über mir oh ne ich höre ein xxl ja da ist so ein fettes viech nö nicht mit mir da hab ich keine lust drauf ich will in den keller wenn es hier einen gibt es gibt keinen schade 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 ok ich korrigiere es sind keine bienen es sind fliege dinge da ist doch so für der golem wer ist die spot lol schade ach komm scheiße ich schade hier unten durch ich will doch warte mal das jetzt wird es ja richtig schwer ein ozean zu finden durch die stadt mod du musst einfach nur auf der karte schauen wo ozean ist trotz dass dem da halt dann wahrscheinlich eine stadt ist aber einfach mal schauen das müsste aber eher sumpf sein tatsächlich anstatt ein ozean eher links von dir oder ja da hab ich grad geguckt ich war schon ganz in der nähe von blaze borne tatsächlich kann man das essen jetzt hab ich 15 herzen cool oh hier sind essensfelder ich glaub hier war oder sollte ein dorf generieren was solls boah darko ja hier hast du sau wenig arbeit wo ich grad bin hier ist ne komplett freie fläche ohne bäume oder sonst irgendwas das ist halt die ideale fläche für dich du musst nicht vorbereiten kannst gleich deine base losbauen ja genau für mich naja du bist ja dann am wenigsten baut weil er ungerne baut ja klar aber blatt machen ist ist natürlich schöne arbeit ähm baby elefant baby elefant scheiße shit wie hast du es gestafft die gearbox so zu drehen es gibt zwei unterschiedliche äh ne normale gearbox und ne vertical gearbox ach mod willst du mich ver... ahja du brauchst die normale einfach nur ins crafting feld legen achso ach ok ach man da war ein baby elefant und ich hab hier naja er lebt noch aber ich hab kein grünzeug dabei scheiße ja ja ich hab nicht sing angetast mir den forum verpasst ich weiß wo der baby elefant ist der wird mir erwachsen werden ich hätte gerne noch ein paar Hummer da ist ein Delfin ja das war's nicht überhaupt richtig da ist einer Delfin Fisch Stadt of Gravel okay das war's mit unten leck mich am Arsch soll man hier mit einem Orca schwimmen geht doch gar nicht ach du Heimatland was ist das was ist das für ein Obsidian Konstrukt hier unten ok ok da leuchtet's tatsächlich mal unter Wasser ich weiß was das ist geh weg geh weg wo ist die Kiste da unbreaking 1 angeln ok da 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 Ganz viele Blümchen. Hier sind wieder Hummer. Komm mal, ich will dich essen. Alter Hummerparadies! Hummer. Hummer. Kreißt du mich einfach an? Hummer, Hummer, Hummer. Ich esse heute Hummer. Au, au. Ja gut, die anderen lasse ich, die können sich fortpflanzen. Aha. Mein Güte, war das eine schwere Gurt. Was? Die Dinger richtig hinzubringen? Ja. Ja. Ich bin ja auch schon fast verzweifelt da dran. So, okay. Ich bin irgendwie ganz weit weg von dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Machen, Ach. Guck mal, lasst du mal. Boah, w Elect. Äh, als bei dir die Hose kaputt gegangen ist, ist sie eigentlich richtig kaputt gegangen oder ist sie in dein Inventar geploppt, weil die null Durability hatte? Die ist richtig weg. Ah, okay. Die war richtig weg. Heißt, bei dir Sachen vorsichtig sein. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man ja da hin? Wahrscheinlich. Ja, reparieren kannst du es, ne? Du musst halt auch jedes Mal ins Inventar lunzen. Das mach ich zum Beispiel nie. Ach man, erstmal irgendwo mal zusammen durch die Gegend ziehen und die Tierquests machen. Okay, das geht nicht mehr. Das auch nicht. Porkshop? Geht auch nicht mehr. Das ist echt interessant, jetzt herauszufinden, was es mir die letzten vier Herzen gibt. Das ist gar nicht so einfach. Für die letzten vier, ich hab's, äh, sechs orangene und halt zehn rote. Okay. Ja, ich komm immer nur auf Bier, nicht auf mehr. Ich esse immer durcheinander weg, alles mögliche, was ich finde. Ja, ich auch. So, Boot da rein. Das letzte waren jetzt Hummerschwänze. Die haben mir wieder Herzen gegeben. Ja, okay. Die hatte ich noch nicht. Also, ich hatte Öpfel, Melonen. Ja. Gebackene Kartoffeln, Karotten. Karotten, gebackene Kartoffeln, jede Art von Fleisch. Brot. Brot, genau. Und Hummerschwänze. Dann wird das vielleicht irgendwas, ähm, aufwendigeres sein. Kuchen, zum Beispiel. Cookies, vielleicht. Cookies und das andere hier. Diese Pumpkin Pies. Die ja vier Herzen geben. Die sind eigentlich recht geil. Ja, steht bei Cookies steht's auch da. Not yet eaten, what does the taste like? Ah, nee, hier. Eating assisted and adding hurt. Steht bei Melonen da. Ach, das steht überall da. Ah. Ach, hier. Fisch hab ich auch schon gegessen. Ja, hab ich auch. Apfel, nur genau. Ja. Ja, wer, wenn du mir so einen Hummerschwanz mal mitbringen könntest. Ich bin in meiner Base. Achso. Hast du dir alle aufgegessen? Nö. Ich glaub mal. Nein, ich muss eh später labern. Ich gucke gerade, wo sind denn die Pumpkin Pies hin? Die werden mir bitte gar nicht angezeigt. Ah. Boah, doch. Nöte mich. Warte mal. Äh, ich hab da doch noch was. Wo? Ich hab nur braune. Willst du mich verarschen? Ne, ich hatte auch rote. Da. Ich versuch mal ein Pilzsüppchen. Ich weiß, warum ich immer Pilze mitnehme. Not eaten, wild, bla bla bla. Okay, das gibt kein Herz. Gibt es vielleicht auch Sachen aus Never oder End? Was man essen kann? Keine Ahnung, habt ihr da einen hingeballert? Na. Muss ich den auch kochen oder kann ich den auch kochen? Kannst du so essen, das ist Hummer. Ich mein, er hätte ja sagen können, dass man ihn nur im gekocht und schütternden Herzen gibt. So, rote Beete teste ich auch später mal. Jo, in diesem Sinn, passiert gar nichts. Dann erst mal noch ein Zwetner. Liegt hier vor der Kiste. Schau dir das mal wieder. Kannst du noch mal kurz schlagen? Im Schwert. Nochmal. Das zieht ja gar nichts ab. Nochmal. Ja, was hast du denn auf deiner Rüstung alles verzaubert? Was ist bei dir? Ich hab ein scharpenes Vier auf dem Schwert. Fire Protection, Fire Protection, gar nichts. Fire Protection. Frag mich warum. Oh Gott. Man verzaubert ja auch Bücher, bis man das richtig, richtig hat. Okay, Encharted Goldäppel bringt nichts. Okay, hier, Pumpkin, ich hab's gefunden. Hummer bringt absolut gar nichts. Normaler Goldäppel auch nicht. Normaler Goldäppel auch nicht. Aber der hat mir gegeben. Ja, kann sein, dass ich davon mehrere essen muss. Als zwei, dann muss ich später noch was essen. Ähm, wo hab ich denn, das hab ich glaub hier draußen, das Kelp. Das hab ich tatsächlich auch noch nicht gegessen. Jetzt kann man essen. Ah ja, klar. Right Kelp, na klar. Kannst du Spinnaugen essen und Rotten Flash. Das ist ja zum Beispiel auch ein Achievement, dass du alles im Vanille essen tust, was du essen kannst. Bäh. Das Achievement hab ich... Das Achievement hab ich in 1,12 mal gemacht. Ist eigentlich recht gut. Na ja, da hat sich immer geschah, oder? Scheiße. Wolltest du was von mir? Ich wollte dich grad abwerfen mit dem Schwächentrack. Zucker, Eier und Pumpkins. Hab ich eigentlich alles soweit? Ich hab 11 Pumpkins. Ich hab hier ein paar Eier. Und ich hab hier ein Zuckerrohr. Ich würd sagen... Erster Pumpkin, Zweiter Pumpkin, Dritter Pumpkin, Vierter Pumpkin, Fünfter Pumpkin Pie. Hab ich wieder ein bisschen was zu essen, was ich testen kann. Wenn's soweit ist. Nice, nice. Rote Beete muss ich noch warten. Dann gucken wir mal weiter. End. Daco, bist du bereit fürs End? Ich hab noch nicht genug Place Powder für den Ender Augen. Oh, die hab ich die Panele. Das sind nur 8 Stück. Ich hab genau 8 Stück davon. Ender Augen hab ich... Ich hab grad mal eine Ender Perle und eine Ender Perle. Na, ich denke, du warst schon Place Farm. Ja klar, ich hab's aber noch nicht hergestellt. Hast du meine Achte mitgebracht? Ne, weil ich geflüchtet bin. Ich kann gerne später nochmal hin. Das Haus hat einen Biberrand. Wortmörtlich. Was ist denn? Ah, das macht man so. Das ist ja kacke. Schammer. Vehicle Crate. Oh, Wheel, Large Engine, Small Engine, Electric Engine, Jack. Ich kann anfangen Auto zu bauen. Ui. Das wird ja... Cray Industries steht drauf. Geil. Geil. Oh, den lass ich hier stehen, ey. Das sieht irgendwie geil aus. Was brauch ich für die Räder? Dried Kelp. Und neun Mechanical Crafter. Iron Knob. Okay, schöner Name. Motor. Brauch ich 15 von den Dingern. Alter, leck mich einmal schön. Irgendeine Quest brauchte man noch 56. Ja. Kannst du eigentlich einen kleinen ganzen Stack herstellen. Kann auch sein, dass man noch mehr herstellen muss, weil du ja immer eine andere Form brauchst. Ich weiß nicht, ob es eine Universalform gibt. Deswegen einen kleinen ganzen Stack. Weil ich glaube, bei den 56 waren das so, vier, sechs, ah, Zähne nach oben oder so. Und mich nicht alles täuscht. Den Rest baust du dann alles an die Seite, ne? Ah, ich hab wieder einen Geldsack. Ich müsste mal weiter traden mit meinem Idiot, ne? Jetzt ist die Frage. Emirates. Kannst du mal wieder aufhören, vor meiner Base damit irgendwas zu machen? Warum? Weil sich das seltsam anhört. Und ich keinen Bock hab, dass bei mir irgendwas flöten geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Schreib dich frei. Jetzt Glas. Ein Ink-Sack für ein Emerald. Ein Emerald, ein Buch für Silk Touch. Ja. So, nochmal Glas. Siehst du den Bug hier gerade auch? Ich bin bei mir in der Base. Und bin am traden, Darko. Welchen Bug. Er mehr hat sich wieder alles neu geladen, das ist ja normal. Ja. Aber hier ist ein Shunk, der ist noch alt. Nö. Das sah bei mir normal aus wie alle anderen. Äh, hier. Ja, Jamie, bleibst du bitte stehen. Projektier Protection 1 für ein Emerald und ein Buch. Oh. Das ist günstig. Ist eigentlich möglich, einen Farmer zu kriegen bei dir? Ein Farmer? Ich hab keinen Farmer. Ich hab nur Librarians bisher. Okay. Ähm. Kompass. Werde ich zwar nie brauchen. Ich trade trotzdem mal vier Stück. Schalte dich frei. Nice. Und Name-Tick. 14 Emeralds zu Name-Tick. Aber Projektier Protection, das reizt mich. So. Du willst ein Buch und ein Emerald für Aqua Affinity. 19 Papier für ein Emerald. Ein Buch für ein Emerald. Mach mal. Ich trade dich jetzt aber erst mal zu Ende. So. Rundo. Ja. Ich werde dich hier aber irgendwann nochmal pümpeln lassen. Äh. Duster, bitte. Schalte dich frei. Adele. Jetzt wird sie Quick Chuck 1. Okay, nee. Brauche ich nicht wirklich. Schalte dich frei. Nice. Ähm. So. Schalte dich frei. Okay, du bist fertig. Dann tausche ich jetzt mit dir Projektier Protection. Und zwar 1 und 1 sind 2. 1 und 1 sind 2. Habe ich drin. 3. 1 und 1 sind 2. 1 und 1. So. Genau. Nochmal Projektier Protection. Vier schon nochmal. Läuft. Und 25 Level. Das gefällt mir. Da kann ich ein bisschen was machen hier. Äh. Das war das 2er. So. Jetzt haben wir Projektier 3 und 3. Jetzt haben wir 10 Level kostet mich das. Ich habe sieben. Also einmal hoch. Da rein. So. Money. Alles hier rein. Äh. Glas. Glas. Daraus mache ich, ähm. Glasflaschen tatsächlich. Die 4er nicht. Die kommt da rein. Äh. Kompost da rein. Emeralds da rein. Bücher lasse ich schon mal hier draußen in den Kisten. Die Lampen auch. Äh. Ja. So. Da gibt es wieder Met. Passt. So. Ach und ich wollte euch Brot zuwerfen. Genau. Das und das brauche ich. Das da. Ähm. Als nächstes kommt dann. Das da. Ein Ofen. Und ein bisschen Holz. Wobei. Braustand. Ach ja. Braustand. Nee. Vier Holz. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Das geht schnell bei euch. Ihr Bummskanägel. Oh. Bist du zu dem ich das Brot einzusammeln? Hin. Jetzt. Bett steht. Adele und Jamie. Zwei Jungs. Pimpert. Los. Ich lasse euch auch alleine. Und in der Zeit mache ich ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da. Rockstar, dance until I drop. My life is a party. My home is the club. My stage is the dance. Your party never stops. Ich, say, a party never stops. Mrs. Ja.